Ich kenne einen Witz. Wollt ihr einen Witz hören? Ah, das geht doch. Ihr habt gelernt. Ich kenne einen Witz, der ist nicht von mir. Das ist so ein ganz uralter Witz. Und das ist auch wirklich so ein klassischer Witz. Das ist kein Gag. Das ist wirklich ein Witz. So ein ganz klassischer Witzaufbau. Und zwar gehen drei Männer in einen Wald. Und dann kommt eine Fee. Und die Fee sagt zu jedem Mann, ey Leute, ihr habt jeder drei Wünsche frei. Die dreckt so, uah, geil. Und der erste Mann meint so, boah, ich hätt gern unendlich viel Geld. Weißt du, so ein Konto, was nie leer wird. Wunsch erfüllt. Und der zweite sagt, das hätt ich auch gern. Auch so ein Konto. Ich hätt gern genau dieses Konto, was einfach nie leer wird. Und Wunsch erfüllt. Und der dritte sagt, ja, ich hätt gern, dass meine Hand gerne so Zuckungen hat. So, der erste sagt wieder, ja, warte, jetzt hab ich Geld. Jetzt hätt ich gern noch eine Frau. Weißt du, eine Frau, die mich immer liebt, die richtig scharf aussieht. Richtig geile Frau. Wirklich wie geleckt soll die aussehen. Und die soll mich nie verlassen. Sagt, getan. Wunsch erfüllt. Und der zweite sagt, ich hätt gern ein Auto. Weißt du, ein Auto mit Milliarden PS, worum mich jeder beneidet, was nie kaputt geht. Richtig geil, was kein Benzin verbraucht. Hammer. Und der dritte sagt, ich hätt gern, dass meine linke Hand auch noch so Zuckungen hat. Und der erste sagt wieder, ja, ich hab jetzt Geld, ich hab eine Frau, ich hätt gern noch Karriere. Weißt du, dass ich immer weiter aufsteige. Und das läuft wie von alleine. Dass ich einfach nur aufsteige und weiter aufsteige. Und das läuft einfach. Und der zweite sagt, ja, ich hätte gerne noch Gesundheit. Ich möchte nie krank werden. Ich möchte 200 Jahre alt werden. Ich möchte einfach nur immer gesund. Kein Schnupfen, gar nichts mehr. Und der dritte sagt, ich hätt gern, dass mein Kopf noch so Zuckungen hat. Nach drei Jahren treffen sich genau diese drei Männer wieder. Und der erste sagt, boah, mein Leben ist so geil. Ich hab Frau, ich hab Geld, ich hab alles, was ich will. Und der zweite sagt, Alter, mit dem Geld kann ich mir alles kaufen. Ich hab nicht mal mehr einen Schnupf, mir geht's total geil. Und der dritte sagt, boah, ich glaub, ich hab mir voll den Scheiß gewünscht. Denk mal drüber an. Danke.